Eine Karriere bei der Polizei Österreich bietet dir ganz verschiedene Karrieremöglichkeiten, weil es viele verschiedene Aufgabenbereiche gibt und unterschiedliche Dienstgrade. Und deshalb will ich dir in diesem Video einen kleinen Überblick geben über die Gehälter, die Abzeichen, die Dienstgrade und natürlich auch die Einstiegsmöglichkeiten bei der Polizei in Österreich. Als allerersten Schritt musst du natürlich eine Grundausbildung absolvieren. Und nach der Grundausbildung hast du dann die Wahl zwischen verschiedenen Dienstgraden, die du unter verschiedenen Auflagen erreichen kannst. Gegliedert sind die Dienstgrade dann in folgende Verwendungsgruppen. Absolventen der Polizeigrundausbildung, also Verwendungsgruppe E2C, eingeteilte Beamte, also Verwendungsgruppe E2B, dienstführende Beamte in der Verwendungsgruppe E2A und die leitenden Beamten in der Verwendungsgruppe E1. Die Verwendungsgruppe E2C bezieht sich auf die notwendige Grundausbildung für einen Dienst bei der Polizei. Die Ausbildung dauert dann 24 Monate und besteht aus zwei Teilen. Eine 17-monatige theoretische Fachausbildung und dann noch eine 7-monatige praktische Einführung in der Polizeiinspektion. Nach positiven Abschluss der Grundausbildung folgt dann die Übernahme in ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis und auch die Zuteilung in ein Stadtpolizeikommando. Die Absolventen der Polizeigrundausbildung erhalten dann gleich zu Anfang der Ausbildung ein Vertragsbedienstetenverhältnis und erhalten ebenso die Dienstgradbezeichnung Aspirant. Ein Einstieg in die Verwendungsgruppe E2B ist erst dann möglich, wenn die Grundausbildung erfolgreich abgeschlossen wurde. Folgende Dienstgrade gibt es dann in dieser Verwendungsgruppe. Inspektor, Revierinspektor und Gruppeninspektor. Als eingeteilter Beamter erfolgt die Ernennung zum Inspektor. Inspektor ist dabei die erste Stufe nach der notwendigen Grundausbildung. In den darauffolgenden Jahren hast du dann die Möglichkeit, Gruppeninspektor oder auch Revierinspektor zu werden. Als Inspektor hast du vor allem Sachbearbeitungsaufgaben in der Verwaltung zu erledigen. Das Überwachen und die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften gehört aber natürlich auch zu deinen täglichen Aufgaben. Weitere Tätigkeiten sind dann zum Beispiel noch das Verkehrswesen oder auch die Bauverwaltung. Hier befinden wir uns jetzt schon in der mittleren Führungsebene des Polizeidienstes. Die Funktionsgruppe E2A umfasst bei der Polizei Österreich folgende Dienstgrade. Für eine Aufnahme in die verschiedenen Dienstgrade muss man dann natürlich gewisse Voraussetzungen mitbringen und auch eine entsprechende Ausbildung absolviert haben. Du kannst also diese Ränge nur erreichen, wenn du bereit bist, eine Fortbildung zu machen und außerdem noch drei Jahre Praxiserfahrung mitbringst und zwar in der Verwendungsgruppe E2B. Die Funktionsgruppe E1 umfasst bei der Polizei Österreich folgende Dienstgrade. General, Generalmajor, Brigadier, Oberst, Oberstleutnant, Major, Hauptmann, Oberleutnant und Leutnant. Damit du den Rang eines leitenden Beamten erreichen kannst, musst du wieder einige Voraussetzungen erfüllen. Dafür musst du einen dreijährigen Praxisdienst im Exekutivdienst absolvieren, außerdem einen Bachelorstudiengang in polizeilicher Führung und dann musst du noch ein Auswahlverfahren absolvieren. Wenn du dich dann für eine Karriere bei der Polizei entschieden hast, dann geht es an die Vorbereitung für deinen Einstellungstest. In unserem Online-Trainer für den Einstellungstest bei der Polizei Österreich bereiten wir dich aber natürlich auf alle wichtigen Themen vor. Wir unterstützen dich dort mit verschiedenen Beispielaufgaben, Lösungswegen und Tipps und Tricks rund um deine Prüfung. Gleichzeitig ermöglichen wir dir dort den Austausch mit anderen Bewerbern, sodass du dich sicher und optimal vorbereitet für dein Auswahlverfahren fühlst. Check dafür einfach mal den Link in der Videobeschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gern einen Daumen nach oben da und abonniere unseren Kanal, dann verpasst du zukünftig kein Video mehr zu deinem Traumberuf. Wir von Testzeiten wünschen dir jetzt ganz viel Spaß und viel Erfolg bei deiner Vorbereitung.